So, damit begrüßen wir euch auch aus der Übersetzerkabine zum Talk Modern Windows User-Based Exploitation von Saar Amar. Mein Name ist Problem. Mein Name ist Alpvin. Und wir setzen den Talk für euch von Englisch nach Deutsch. Okay, hi. Hi zusammen. Also, zuerst mal vielen Dank dafür, dass ihr alle hier seid. Ich weiß, dass es durchaus großen Wettbewerb in diesem Slot gibt. Mein Name ist Saar Amar. Ich bin am MSRC IL, aus Israel. Und ich spreche heute darüber, wie man beliebigen Code auf aktuellen Windows-Systemen laufen lassen kann. Ich bin ein Sicherheitsforscher und im Prinzip kümmere ich mich darum, Exploits zu finden und sie dann lauffähig zu machen. Ich mache auch bei Capture the Flag Teams mit, CTF-Teams. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ja, für diesen Talk ist es sehr wichtig, dass ihr euch folgende Frage stellt. Worum geht es eigentlich im Leben? Ja, also worum geht es eigentlich im Leben? Es geht darum, beliebigen Code ausführen zu können. Und es ist tatsächlich ziemlich einfach, dafür einen Prozess zu finden. Es geht im Prinzip darum, dass man zuerst eine Zero-Day-Sicherheitslücke findet, dann irgendwas in der Mitte macht und dann davon profitiert. Ja, und das war früher alles ziemlich einfach. Ich hoffe, ihr erinnert euch dann auch alle dran, man konnte im Prinzip einfach irgendwo, ja, kein ASLR haben, wenig Sicherheitsmitigation und so weiter. Und ja, im Prinzip hat einem nichts gestoppt. Aber das war alles sehr schön, aber auch gleichzeitig alles ziemlich gefährlich. Und heute haben wir das nicht mehr. Denn heute gibt es Mitigations, also Gegenmaßnahmen überall. Und zwar wirklich überall. Wir haben, ja, diese ganze lange Liste hier. Und worüber ich heute sprechen möchte, sind die Interna von diesen Gegenmaßnahmen. Zunächst schauen wir uns erstmal die Primitive an, um sie dann zu entgehen, weil es eben kein, also wir schauen uns da die Grundlagen an, um sie zu entgehen, weil das eben kein einfacher Prozess ist. Und ja, da geht es eben darum, eine bestimmte Sicherheitslücke zu finden und sie dann auf vielen verschiedenen Betriebszahlen zu exploiten mit, ja, vielen verschiedenen Gegenmaßnahmen. Ja, meine ursprüngliche Absicht war, eine richtige Windows-Coin-Evonorability zu nutzen und sie zu exploiten. Aber das wäre dann ziemlich zeitaufwendig gewesen. Es braucht ungefähr drei Stunden und ja, ich muss dann nachher wieder mit was anderem weitermachen. Und stattdessen werden wir uns eine Windows-CTF-Challenge vornehmen aus 2017 und unterwegs schauen wir uns im Prinzip immer an. Und ja, was ich damit noch irgendwie vermitteln möchte, ist, dass Windows-CTFs super sind. Ja, und dann gehen wir durch viele, viele Mitigations durch. So, die WinWorld-Challenge, was war das? Es war eine Geschichte basierend auf Westworld, basierend auf Westworld, einer Serie aus dem Fernsehen. Die Herausforderung war, man hat einen Erzähler und der kann Roboter und Menschen erstellen. Sie können miteinander kämpfen oder miteinander reden. Aber sowohl Roboter als auch Menschen haben eine gemeinsame Basisklasse, die Person ist. Diese Operationen kann man auf jeder Personeninstanz ausführen. Für jede Personeninstanz kann man das machen, egal ob es Roboter oder Menschen sind. Das ist jetzt nicht, wie man eine Verwundbarkeit findet. Das ist, wie man einen Exploit findet. Und wir schauen uns also die Verwundbarkeit an. Wir haben ein uninitialisiertes Attribut in der Personeninstanz. Es gibt die Member-Variable ist bewusst. Im Roboter wird das mit falsch initialisiert, beim Personen wird das aber gar nicht initialisiert. Also haben wir hier eine uninitialisierte Variable, was ziemlich gut ist. Außerdem haben wir ein Use-After-Free, ein Benutzen nach dem Free-Bug. Wir teilen Referenzen zu Personeninstanz in vielen, vielen Plätzen. Aber man muss trotzdem wissen, wann man etwas freeen kann. Also haben wir hier einen Shared-Pointer, das ist ein Rapper um einen Pointer mit einem Ref-Count. Und jedes Mal, wenn wir eine Referenz dazunehmen, dann wird der Reference-Counter erhöht. Wenn der Ref-Count 0 erreicht, dann wird das gefreed. Aber das Problem ist, es gibt hier einen Ort, wo ein Roboter in einen Menschen transformiert wird. Aber das Problem ist, dass der Code, der das macht, STT-Move benutzt. Und das ist sehr schlecht, weil das ist nicht das, was man mit Shared-Pointern machen sollte. Sondern dann haben wir nämlich zwei verschiedene Shared-Pointer. Und die zeigen den gleichen Chunk vom Speicher. Und einer dieser Shared-Pointer kann dann irgendwann 0 erreichen. Und dann wird eben dieser Speicherbereich freigegeben. Und dann haben wir auf einmal einen Dangling-Pointer. Also einen Pointer, der auf einen bereits gefreedten Chunk zeigt. Und das heißt, wir können dann ein Double Free haben. Ja, super. Also, das Problem ist, dass man nicht wirklich sagen kann, dass man eine Sicherheitslücke hat, wenn man nicht auch eine Möglichkeit hat, diesen bestimmten Execution-Flow auszulösen. Das heißt, wir müssen diesen Roboter irgendwie in einen Menschen transformieren, bevor wir dann tatsächlich das ausführen können. Und ja, wir haben dann eben genau diese Bedingungen, die hier aufgelistet sind, die einen zutreffen müssen. Zum Beispiel muss Person is Conscious nicht Fault sein, also es muss gesetzt sein. Und das heißt, wir müssen halt eben auch noch diese initialisierten Werte, Vulnerability kombinieren. Und nur wenn wir die beiden kombinieren, dann haben wir eben die Dangling-Pointer-Vulnerability und die nicht gesetzte Inconscience-Variable, die dann diesen Flow triggert. Also, nachdem wir jetzt so eine Use-after-free-Vulnerability haben, lass uns mal mit dem eigentlichen Spaß anfangen. Also, fangen wir mit Windows 7 an. Was wir zuerst verstehen müssen, ist der Windows 7 Heap Allocator. Denn eine Basis für jede Use-after-free-Attacke ist, dass wir eine Allokation, die freigegeben wurde, genau diese Stelle wiederverwenden für eine neue Allokation. Und das müssen wir irgendwie kontrollieren. Das ist genau der Weg, wie man Use-after-free-Bugs ausnutzt. Und wir haben in Windows 7 ziemlich viele verschiedene Allokatoren. Mit jeweils eigener Logik und eigenen Chunk-Größen und so weiter. Und ja, da muss man irgendwie mit klarkommen, wenn man diese Variable-Nobilities exploiten möchte. Und ja, in Windows gibt es dann zum Beispiel diesen Low-Fragmentation-Heap. Und das ist der ganze Punkt von diesem Allokator. Im User-Space sind Windows Vista. Und ja, da möchte ich jetzt gar nicht so genau drüber reden, weil das eigentlich überall im Internet gut dokumentiert ist. Es ist im Prinzip wie J-Malloc. Aber es gibt da noch so Structs, die heißen User-Blocks, was ein Satz von gleich großen Blöcken im User-Space-Heap ist. Und jedes Mal, wenn man Malloc aufruft, bekommt man einen Block daraus. Und dann, wenn man Free aufruft, geht man den wieder zurück. Und das heißt, man hat da keinerlei Fragmentierung und so weiter. Das ist ganz praktisch. Das Problem ist, in Windows 7 gibt es Metadaten, die heißen Free-Entry-Offset in den ersten zwei Bytes in einem freien Chunk nach dem Chunk-Header. Das heißt, das ist überhaupt nicht geschützt. Und diese Metadaten sind ein Indikator für den Allokator, welcher Chunk zum User in der nächsten Allokation zurückgegeben werden soll. Und das ist ein ziemlich starkes Primitiv. Und dann ist das zweite Problem noch der LFH, also wieder Low-Fragment-Langitation-Heap-Allokator, dass der bewusst fragmentiert. Und man sieht das zum Beispiel, wenn man hier diesen Test-Code hier nimmt und den ausführt auf einem Windows-7-System. Dann sieht man auf der linken Seite halt, dass wir einige Heap-Allokationen machen und auf der rechten Seite sieht man die Adressen davon. Wir sehen, dass die alle genau nebeneinander liegen und alles sehr vorhersagbar ist. Und der interessanteste Teil dabei ist, dass der LFH sich dabei nach dem Last-In-First-Out-Prinzip arbeitet. Und das heißt, man kann hier einen User of the Free Bug sehr einfach ausnutzen. Nachdem wir jetzt andere Objekte auf den gleichen Ort allokieren können und falls wir jetzt Arbitrary-Code-Execution wollen, haben wir einen Arbitrary-Read. Wir nehmen einen std-String. Man kann einfach einen std-String auslesen mit dem Info-Kommando, nämlich den Namen einer Person oder eines Roboters. Aber dort kann ich irgendwas reinschreiben. Ich kann jedes einzelne Byte dort kontrollieren. Ich kann dort einfach den Pointer nehmen und es irgendeine Adresse setzen und beliebige Adressen lesen. Die Länge des Strings ist auch ein Feld, was da drin ist. Das heißt, wir haben hier beliebig lange Auslese-Felden. Wir können mit Update auch einen beliebigen Schreibvorgang machen, auch mit beliebiger Länge. Das ist natürlich noch nicht genug, weil wir Code ausführen wollen. Wir haben eine virtuelle Funktion in der Klasse, die es uns erlaubt. Wir haben zwei, wenn zwei Personen sich treffen, dann wird ein Callback aufgerufen. Und das geht über ein V-Table und deswegen können wir den Funktionspointer benutzen, um an eine beliebige Adresse zu springen und dann dort Code auszuführen. Aber ich brauche wahrscheinlich mehr als eine Adresse. Ich muss wahrscheinlich mehr als einmal lesen. Wir können jetzt hier einen sehr eleganten Trick machen. Wir können die On-Encounter-Funktionen korrupten und jedes Mal, wenn zwei Personen sich treffen, dann wird die On-Encounter aufgerufen und als ersten Parameter kriegt sie eine Person und dann schreiben wir alle Personen, alle Member der Personeninstanz. und ich löse einfach diese Funktion einmal aus und dann kann ich überall hinschreiben. Tricks wie dieser sind genau die, die Exploits zuverlässig machen. Ja, wir versuchen die Verwundbarkeit so selten wie möglich auszulösen. Also wir haben jetzt dieses Primitiv für uns gebaut, ReDriveJump Primitiv, aber es gibt ja ASNR, also Adress-Space, Layout-Randomisierung und das bedeutet, dass wir überhaupt nicht wissen, wo alles möglich hier ist und das heißt, wir müssen uns irgendwie Pointer genauer angucken. Das Problem ist, dass wir hierfür noch gar kein Primitiv haben. Wir lesen die ganze Zeit absolute Adressen und wir wissen nicht, welche Adressen wir da hinschreiben müssen, zum Beispiel an der On-Encounter-Adresse. Und das heißt, die Pointer sind nicht wirklich vorhersagbar. SCD-Vektor zum Beispiel macht das sogar On-Demand. Das heißt, man kann SCD-Vektor nutzen, um folgenden Trick zu verwenden. In der Realität hat eine Person zum Beispiel Freunde und Personen in der Challenge haben auch Freunde und jede Person hat einen Vektor von all ihren Freunden. Und das heißt, wenn wir eine Person haben und der dann sieben Freunde hinzufügen, enthält dieser SCD-Vektor dann genauso viele... Ah genau, dann enthält der SCD-Vektor genauso viele Personen, wie ein einzelnes Personenobjekt groß ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Merkt euch das bitte. Und das heißt, wir können die Allokation von einem SCD-Vektor triggern, indem wir eben Freunde hinzufügen und können damit dann nachher die V-Table von SCD-Vektor dumpen. Das ist ja auch relativ leicht möglich, weil es in der R-Data-Section ist. Und dann müssen wir nur noch die Attribute von SCD-Vektor kontrollieren. Und dann gibt es zum Beispiel halt das Feld Länge vom SCD-Vektor, das eventuell eine große Zahl sein könnte und da haben wir keine Kontrolle drüber. Aber das ist okay, weil wir ja gerade in einem CTF sind und die Prozesse einfach wieder starten. Wegen der Address-Based Layout-Randomization wird aber nach jedem Restart jedes... Ja, ist das Layout dann wieder anders, aber jeder Pointer, der vorher so war, ändert sich nicht, weil diese Bibliotheks-Pointer sich nur nach einem Reboot ändern. Wenn wir jetzt das haben, dann können wir eine DLL laden, wir können V-Table scrubben, wir können ganz viele Sachen tun, wir können was auch immer tun und nichts hindert uns daran. So, machen wir jetzt ein ROP, ein Return-orientiertes Programming. Wir schreiben Shell-Code und das wird jetzt Zeit für die Demo. Ich hoffe, dass die Demo jetzt genauso funktioniert wie nicht auf der Bühne. Ich werde all diesen Code veröffentlichen. Ihr könnt das zu Hause ausführen. Bitte macht das. Jetzt lasst uns zu den Windows-7-Exploits gehen. Jetzt starten wir die virtuelle Maschine. Weil wir hier ein CTF sind, habe ich entschieden, dass beliebiger Code, den wir ausführen, eine Flag sein. Und die Flag ist IDA, weil wir alle IDA mögen. Lass uns das ausführen. Nur um sicher zu gehen. Okay. Hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert, so wie nicht auf der Bühne. Wir leaken ein paar Adressen. Und jetzt haben wir den Pointer zum Heap, zum Stack und so weiter. Und jetzt haben wir die Flag, nachdem wir den Rob ausgeführt haben. Und jetzt gehen wir auf unserer Reise zum nächsten Betriebssystem. Wenn ihr das ausführt, dann wird das auf jeden Fall schief gehen, weil Shape fehlt. Wir haben einen riesigen Unterschied zwischen dem LFH, zwischen Windows 7 und Windows 10. Und da haben ein paar gute Ingenieure dran gearbeitet und viel Zeit dran reingesteckt. Und der LFH sieht jetzt sehr kompliziert aus. Als erstes haben wir nicht mehr dieses Free-Entry-Feld. Wir haben stattdessen ein Bitmap, die sagt, wo Dinge alloziert sind und wo nicht. Außerdem sind all die Allocations randomisiert. Also man kann nichts voraussagen, wie in Windows 7. Und wenn wir jetzt denselben Test haben wie in Windows 7 und den auf Windows 10 ausführen, oder Windows 8 ist quasi das Gleiche, dann sehen wir auf der rechten Seite, dass die Adressen im kompletten Chaos sind. Und wir sehen, dass der Status der Ausgabe nicht voraussehbar ist. Und es ist schwer, etwas in den gleichen Ort zu bekommen. Und deswegen ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass man den Glitzenschank wiederkriegt. So, wie können wir jetzt diese Mitigation umgehen? Weil das Ziel im Leben ist ja Exploits und zufällige, beliebige Code-Ausführung. Also versuchen wir jetzt die Implementation von dem zufälligen Allocator zu verstehen. Es ist sehr, sehr interessant. Wir haben jetzt eine Bitmap, die sagt für jeden Teil, ob es allokiert ist oder nicht. Also sucht der Allocator einen zufälligen Ort und scannt von dort aus nach einem Bit, was nach einem FRIEN-Chunk aussieht. Und dann returnt es das. Weil die Position im Bitmap zufällig ist, wird natürlich auch die Allokation zufällig sein. Aber wie ist dieser Zufall gewählt? Wir haben dafür einen Fixed Pool von Zufall, der am Start des Prozesses gewählt wird. Und das ist okay, denn das ist kryptografischer Zufall. Das ist safe. Und jedes Mal, wenn wir einen Malloc machen, dann nehmen wir den aktuellen Zufallswert aus diesem Array und das ist benutzt als der Index zum Scannen der Allokations-Bitmap. Und ja, daran kann man halt eben sehen, dass die Allokationsreihenfolge komplett zufällig ist. Also sehen wir hier an dem Beispiel, auf der rechten Seite sehen wir die User-Blocks, also die Heap-Blöcke, die verteilt werden. Und auf der linken Seite die korrespondierte Bitmap. Das heißt, jetzt rufen wir Malloc auf, wählen eine zufällige Position in der Bitmap und fangen dann an, von dort zu scannen. So, jetzt wählen wir zum Beispiel mal einen Null, das heißt der freier Chunk, also freier Block. Und das heißt, wir flippen die Bits und geben diesen Teil dann an den Nutzer zurück. So, jetzt ein anderer Wert. Ja, jetzt sind wir zum Beispiel bei einem allozierten Chunk und das heißt, wir fangen an, von dort zu scannen, bis wir einen freien Chunk finden. Und flippen dann eben wieder das Bit und geben den entsprechenden Chunk zurück. Hierbei gibt es jetzt ein relativ großes Problem, denn alle der zufälligen Werte sind in einem statischen Array. Und das heißt, was passiert denn jetzt, wenn wir mehr als die Größe dieses Arrays Allokationen durchführen? Das passiert tatsächlich relativ schnell, denn viele Prozesse machen sehr viele Allokationen. Und das heißt, wir kommen dann, also wir haben dann ein Wrapping von dem Array, das heißt, wenn wir am Ende sind, fangen wir wieder am Anfang an. Und das heißt, dass wir dann ziemlich schnell wieder die gleichen Werte verwenden. Das heißt, ja, wenn man eben zum Beispiel dann dieses Proof of Concept ausführt, was ich hier gezeigt habe, ja, was im Prinzip eine Allokation ausführt, den wieder freigibt, und dann macht es 0xFF mal genau das. Dann kann man tatsächlich sehen, dass die zweite Ausführung der Schleife tatsächlich genau wieder die gleichen Werte aus diesem Zufalls-Array, aus dem Zufalls-Index-Array nimmt. Und der ganze Sinn dieser Schleife ist, eben diesen Pointer in diesem Zufalls-Daten-Array zu inkrementieren, und das ist tatsächlich ziemlich deterministisch. Das ist ziemlich cool, und es macht mich ziemlich froh, Tricks wie diese funktionieren zu sehen. Und natürlich hat das jetzt genau mein Problem hier gelöst, denn ich kann das jetzt ausführen, und ich sehe, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 funktioniert. Super. So, das heißt, wir haben dieses Shaping-Issue jetzt, also das Shaping-Problem gelöst, und ja, jetzt müssen wir tatsächlich mal anfangen, Code auszuführen. Und ja, jetzt könnte ich eine Funktion aufrufen, Adresse vom Stack oder so geben könnte, denn es ist relativ einfach, solche Funktionen aufzurufen, aber, ja, also Stack-Heaping ist einfach, aber Stack-Leaking ist einfach, aber Heap-Leaping ist komplizierter. So, und das heißt, wir nutzen jetzt mal RTLB-Stack-Limits verwenden, und tatsächlich crasht das aber, und in 29, wahrscheinlich Version 29, gibt es irgendein Feature, das Fast-Fail heißt und dann eben zu diesem Crash führt, und ja, dieser Fehler sagt im Prinzip, irgendetwas sehr Schlimmes ist passiert, ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll, hören wir auf und machen zu. Und ja, wenn ein Prozess das macht, dann ist auf jeden Fall etwas Schlechtes passiert, aber, ja, gehen wir einfach ein paar Bits hoch im Stack und schauen, was passiert, oder wo das herkommt. Und man sieht hier, dass das von GuardCheck Icoil FPTR, Ja, so, und das heißt, wir sehen hier, dass es tatsächlich ein Bytecode in NTDLL ist. Und ja, dann gibt es noch CFG, das ist Control Flow Guard. Die Aufgabe von Control Flow Guard ist, dass jeder indirekte Verzweigungsaufruf okay ist, also jeder Indirect-Branch ist okay. Und das heißt, wenn wir einen Funktionspointer aufrufen, dann gibt es im Prinzip eine Whitelist von Funktionen, die aufrufen werden dürfen über einen direkten Funktionsaufruf. Und ja, wenn dieser Aufruf nicht darin enthalten ist, dann gibt es eben zu dem Crash, den wir gesehen haben. Dann kommt es zu diesem Crash, den wir gesehen haben. Und ja, es gibt da dann zahlreiche Internals. Schaut euch das vielleicht mal an, wenn es euch interessiert. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, der Talk, den ich da verlinkt habe. Aber es geht ja eigentlich darum, dass wir arbiträren Code ausführen können. Und das heißt, wir müssen jetzt irgendwie um das Control Flow Guard drum herum arbeiten. Und ja, es stimmt tatsächlich, dass Control Flow Guard uns das Leben tatsächlich sehr viel schwieriger macht. Das heißt, wir können nicht mehr zu beliebigen Funktionen springen, denn die sind alle nicht mehr in der Whitelist. Ich kann nicht mehr einfach irgendwo in die NTDLL reinspringen und so weiter. Und ja, all die Funktionen, die mir den Stackpointer oder so, die mir Control über den Stackpointer geben könnten, sind eben jetzt nicht mehr verfügbar. Aber wir haben noch immer, aber es fehlt immer noch was, um die Return-Adressen auf dem Stack zu modifizieren. Und das heißt, wenn wir im Prinzip einfach wieder auf Return-Oriented Programming, also ROP zurückfallen, dann könnte das wieder funktionieren. Also probieren wir das mal. Ja, machen wir mal wieder eine Demo. Sehr wichtig dafür. Ich hatte ein bisschen was Zufälliges hier am Laufen mit Windows 10 TH1. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, der Code wird veröffentlicht und ihr könnt es dann zu Hause ausprobieren. Also probieren wir mal TH1 aus. Also wir haben jetzt hier wieder so ein Flag. Ja, I love Ida. Bla, bla, bla. Ja, genau. Hier, I love Ida. Bla, bla, bla. So, versuchen wir mal, diesen Angreif auszuführen. Das ist die richtige IP. Ja. Und hoffen wir mal, dass jetzt alles funktioniert. So, wir leaken die Adresse vom Binary und wir leaken die Adresse von UserRT von Intl.d. Ah, okay. Startrop hat nicht funktioniert. Manchmal macht die VN da Probleme. Okay. Ja, also die VN macht hier manchmal Probleme. Sorry. Ja, wie gesagt, ihr könnt es zu Hause ausführen. Ja, schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ja, der Code hat eben da eben zuvor drücken. Das Problem. Okay. Ja, so, und es hat funktioniert und wir haben das Flag. Ehrlich gesagt denke ich, dass ich jetzt einer, ich liebe Ida, das ist eine gute Flagge. So, lasst uns weitermachen. Windows 10 RS5, das letzte. Wenn wir diesen Proof-of-Concept jetzt auf Windows 10 RS5 ausführen, dann sehen wir, dass es nicht klappt, und zwar deterministisch nicht klappt, weil wieder was sich geändert hat, nämlich der Zufall, den wir ausgenutzt haben, der wurde jetzt gefixt seit Build 16179. Wenn ihr das euch anschauen wollt, dann schaut euch diesen Link hier an. Da ist alles, bitte schaut es euch an. Aber wieder müssen wir bloß den Zufall umgehen. Das, was ich brauche, ist nicht, dass zwei Dinge direkt hintereinander kommen, sondern alles, was ich brauche, ist, dass ich Allocations über den Heap sprayen möchte, und irgendeine davon muss den freien Chunk überschreiben. Ich kann es einfach versuchen, ob es funktioniert. Weil es bloß eine Allokation ist, könnte es funktionieren. Direkt danach wird es wahrscheinlich funktionieren, viel später wahrscheinlich nicht. Und ich habe mal geschaut, wie oft das funktioniert. Und hier seht ihr die Anzahl der Allocations, die ich machen musste, um den letzten freien Chunk zu kriegen. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn ihr euch das anschaut. Schauen wir uns also einfach mal an auf Windows 10. Also schauen wir uns einfach mal an, 255 davon zu sprayen. Es funktioniert hauptsächlich, indem wir den Spray-Code multiplizieren und mehrfach ausführen. Und jetzt versuchen wir wieder, Arbitrieren-Code auszuführen. Alles sollte okay sein. Warte. Wir crashen schon wieder, weil wir ACG haben, beliebiger Codeschutz. Es tut genau das, was der Name sagt. Es versucht, die beliebige Code-Ausführung zu verhindern. Es gibt neue Beschränkungen für Pages, nämlich Virtual Alloc Fails, falls man eine ausführbare Seite kriegen möchte. Es gibt Workarounds, aber die werde ich erst später publischen. Außerdem kann vorhandener Code nicht verändern. Das wird auch von diesem Schutz gesichert. Also natürlich gibt es wieder Workarounds, aber sie sind häufig auch wieder gefixt. Aber es gibt wieder nichts, was die Integrität der Return-Adresse checkt. Es hat vor 2000 Jahren funktioniert, es funktioniert heute und es ist gut. Ich kann einfach Load Library aufrufen und irgendeine signierte DLL laden. Code Integrity Guard verhindert das Laden von unsignierten DLLs. Edge hat ACG und so weiter. Es hat viele, viele Schütze, aber ich habe keine Zeit darüber zu reden. Viele Grüße an Ivan Frantic. Er hat viele, viele Fehler gefunden und hat ein sehr cooles PDF darüber geschrieben. Bitte schaut es euch an. Ich habe keine Zeit dafür. Und hier habt ihr die Links und klickt sie einfach an. Dann gab es noch Alex Ionesco, meinen guten Freund, der einen coolen Code für Edge gefunden hat, für ACG im Betriebssystem tatsächlich. Und er hat tatsächlich einen sehr coolen Talk darüber gehalten. Der ist hier verlinkt. Alex, ich liebe dich. Und ja, jetzt müssen wir jetzt noch mal zu den Grundlagen jetzt kommen, also Arbiträre Code Execution. Also, um nochmal sicherzustellen, dass wir irgendwas machen können, machen wir jetzt Rob auf dem Stack. Aber ja, das ist jetzt vielleicht cool für CTS oder sowas, wenn man eine sehr kurze return-oriented-orientierte Programming-Chain hat. Aber in der echten Welt wird man tatsächlich eine sehr viel komplexere Angriffskette haben. Und ja, das sieht man zum Beispiel auch in iOS Exploits so. Ja, also versuchen wir mal Create Process oder sowas auszuführen, um sicherzustellen, dass wir tatsächlich noch in der Kontrolle sind darüber, was hier eigentlich abläuft. Also noch eine Demo. Gehen wir in Redstone 5 und lasst uns versuchen System aufzurufen. Ich, wie gesagt, ich veröffentliche das. Ihr seht, dass der Proof of Concept tatsächlich ziemlich elegant ist. Und der Rob, die Rob-Attacke ist dann tatsächlich einfach nur System. Das seht ihr hier. Das ist die VM. Super, wir haben jetzt keinen Speicher. Sind wir fertig irgendwann? Sorry für die Verspätung. Ja, okay. So. Also. Ja, wir sagen jetzt mal die Flag ist A. Und. Ja, hier seht ihr das tatsächlich. die ist und ja, wir haben jetzt eben hier die Challenge und jetzt versuchen wir mal den POC auszuführen. Da war jetzt noch die falsche IP. Ja, gucken wir mal, dass das jetzt funktioniert. Die Basisadresse, UCRT und so, kommt schon. Ja, super. Und ich brauche auch NTDLL. Und jetzt bevor wir die Attacke ausführen, lass mich mal irgendwas ausführen hier. Ein Debugger an den Prozess dranhängen und lass uns breakpointen auf System. Und ja, das heißt, jetzt sind wir eben mit dem Rob-Schritt weitergekommen und jetzt haben wir tatsächlich einen Hit bei System, bei dem System Call System. Und das haben wir im Debugger gesehen. So, jetzt sollten wir hier das Flex sehen und wir sehen Access Violation in der Prozessstube. Das heißt, wir waren Inside System. Ja, ja, ja. Also, was ist hier eigentlich abgegangen? Also, natürlich gibt es hier noch eine weitere Mitigation, also Gegenmaßnahme. Die heißt Child Process Restriction. Und das ist genau das richtige Verhalten, das ich erwarte. Du solltest normalerweise gar nicht die Erlaubnis dafür haben, System aufzurufen. Also, normalerweise sollte eine Anwendung das nicht machen. Du willst normalerweise nicht, dass ein beliebiger Editor oder irgendwas einfach System aufrufen kann. Und Child Process Restriction ist tatsächlich eine ziemlich coole Gegenmaßnahme, also eine Mitigrationsmaßnahme, weil die einfach ziemlich einfach ist. Die verbietet einfach einem Prozess beliebige Kind-Prozesse zu spawnen. Und ja, das macht tatsächlich sehr viele Exploits sehr, sehr viel schwerer. Natürlich kann ich die Flagge jetzt für Redstone 5 nicht direkt vorher in den Augen liegen. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit dafür. Wir haben tatsächlich noch einen Exploit. Ja, also jetzt solltet ihr das ja auch wieder sehen. Ja, der Laptop antwortet irgendwie nicht. Sorry. Okay. So, ihr wisst ja schon, wie ich die Flagge legen möchte. Und im Prinzip läuft es immer auf derselbe Technik hinaus. Rob auf dem Stack. Und diese Rob-Attacke, die ich euch eben gezeigt habe, die ist ziemlich elegant. Stattdessen habe ich jetzt noch eine andere Rob-Attacke. Die Main-Routine sieht ziemlich ähnlich aus. Adresse legen und Rob ausführen. Aber wir machen da jetzt Open, Read, Put as, Flush all, um die Flagge zu legen. Also wir starten jetzt keinen Child-Prozess mehr, sondern rufen tatsächlich die Datei-Systemzugriffsfunktionen auf. In der echten Welt, also das ist jetzt eher so ein Beispiel für ein CTF. Und in der echten Welt hätte man dann, wie gesagt, deutlich elegantere oder kompliziertere Sachen. So, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ja, Adresse vom Main-Binary legen. Hat geklappt. UCRT-Base legen. Komm schon. Ja, super. NTDL legen. Rob ausführen. Und es hat geklappt. Super. Ah, 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 ah. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie gesagt, alles wird veröffentlicht. Es ist eine CTF-Herausforderung. Aber man kann es auch auf eine gute Art und Weise machen. Das ist jetzt die Demo gewesen. Gut. Was passiert denn jetzt, bevor wir wieder zu dem CTF zurückgehen? Es gibt noch viel, viel mehr, was ich euch nicht in diesem 45-Minuten-Talk erzählt habe. Aber ich hatte halt einfach nicht die Zeit. Ihr könnt mich einfach eine Nachricht schreiben auf Twitter oder zu mir kommen und reden. Und wir können reden. Wir haben Container, Sandboxing, die arbeiten auch an sehr wichtigen Dingen für die Sicherheit. Wir werden euch davon erzählen. Wir haben immer noch nichts, was die Integrität der Return-Adresse überprüft. Und es gibt einen neuen Control-Flow-Guard. Wir mussten es ausschalten, weil es eine sehr zuverlässige Race-Condition gab. Jemand hat einen Talk darüber gehalten mit den internen Details. Schaut euch den Talk an. Es ist wundervoll. Wundervoll. So, deswegen warten wir auf Set von Intel. Es implementiert als Shadow-Stack, äh, Schatten-Stack, parallel zu dem normalen Stack. Und dann schaue ich mir die Return-Adresse vom Haupt-Stack und vom Schatten-Stack an. Und falls sie nicht gleich sind, dann brechen wir den Prozess ab. Es gibt dort eine Race-Condition, aber das will Intel jetzt im Prozessor implementieren und dann sollte damit Robs komplett ausgeschlossen werden. Ich mag eigentlich sehr gerne Kernel und da drunter. Wir haben LFG im Kernelspace, LFH im Kernelspace eingeführt. Und das haben wir gemacht, weil LFH eingeführt, weil das viel, viel sicherer ist als das, was Windows vorher gemacht hat. Wir haben für Aufrufer-Flows auch noch was. Es gibt sehr gute Dokumentationen hierüber. Schaut es euch an. Aber am wichtigsten, wir würden gerne eure Hilfe haben. Ich mag es, am Morgen aufzuwachen und mit Leuten über tolles Zeug zu reden. Falls ihr also eine Umgehung dafür findet, cool, kommt zu mir. Ihr könnt mich auf Twitter benachrichtigen. Ich liebe es, darüber zu reden, über Exploits und so weiter. Es gibt noch etwas anderes, was wir tun, eine Bug-Klasse komplett zu zerstören, indem wir beim Allozieren immer alles auf Null setzen, was sehr viele Exploits entfernen sollte. Hier hat jemand ein Write-up gemacht. Und jetzt ist das standardmäßig Slash-SDL da. Das heißt, alles, was alluziert wird, wird geserot, genullt. Und das heißt, wir können die Verwundbarkeit nicht mehr ausnutzen, weil es alles Nullen sind. Das heißt, wir müssen das Flag irgendwie deaktivieren. Es ist sehr schön zu sehen, dass so ein cooles Zeug passiert. So, es gibt Zeit, Danke zu sagen. AWE ist derjenige, der die Challenge geschrieben hat. Bitte schreibt mehr Windows CTF-Challenges. Tom41SH für Hilfe und Whisky. Vielen Dank für die brillanten Ingenieure, die an den Schützen arbeiten. Und ja, das ist sehr interessant in unserem Leben. Wir exploiten etwas und dann sehen wir irgendwie den Fix. Sie tun einfach sehr cooles Zeug. Das sind die Referenzen, alles, was wir gesehen haben. Ich glaube, der letzte Link ist down. Ich habe eine Nachricht an die Leute geschrieben. Mal gucken, ob es wieder da ist. Ansonsten, ja, weiß nicht. Sie sind eigentlich sehr nette Leute. Vielen Dank. Vielen Dank.